Hallo, liebe Fußballfreunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zwar zum Saisonplaner der Monate Oktober, November und Dezember. Wir begleiten den FC Bayern durch die Saison 2021-2022 Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und nebenbei auch noch die deutsche Nationalmannschaft auf dem Weg nach Katar, WM-Qualifikation. Ihr seht hier ein pickepackevolles Programm, da erwartet uns wieder sehr viel Fußball bis Weihnachten. Ja, ich hoffe, ihr seid alle mit dabei, würde mich freuen, empfehlt es weiter und dann bis zum nächsten Mal.